Bei den leichten fünf ist es wirklich so von uns gedacht, weil natürlich auch egal wie professionell man diesen Job versteht, so wie ihr oder für Giovanna ist es eine ganz neue Situation hier zu sitzen, man ist ein bisschen aufgeregt, man denkt so ah hoffentlich kann ich performen, das sind wirklich so leichte Fragen, dass sie jeder beantworten kann und das idealerweise jeder von euch mit fünf Punkten nach Hause geht, an dem Spiel gibt es wirklich nichts auszusetzen, außer man weiß etwas nicht, dann muss ich schon mir die Frage stellen, warum ihr hier seid. Hier ist die erste Frage, was ist denn die Wurzel aus 81? Wirklich, super leichte Fragen, dafür muss man nicht studiert haben. Wir können ja mal ganz kurz das Publikum befragen, ohne dass ihr es reinruft als Antwort, wer wüsste die Antwort auf diese Frage, das sind weit über 100 Prozent. Wir machen die Runde zu und Hazel. Ihr rechnet in der Schweiz ja gerne. Ja, also solange es ins Plus geht, ist es sehr gerne. Ich habe tatsächlich wahrscheinlich doppelt so viele Antwortmöglichkeiten, wie nötig waren. Ich habe nämlich Plus und Minus Neun. Das ist tatsächlich besser als ich dachte, das ist sehr gut performt für den Anfang, das ist beeindruckend. Dankeschön. Vielleicht müssen wir... Kurze Notiz für uns, wir müssen für die Hazel ein bisschen schwerere Fragen machen. Punkt für dich! Matthias! Ich frage Giovanna zuerst. Giovanna, um dir den Druck zu nehmen, was ist deine Antwort? Ja, das Richtige auf jeden Fall. Das Richtige? Neun. Ein Punkt für Giovanna, Matthias. Ich habe auch neun. Neun. Ein Punkt für Matthias. Und Flo? Ich habe neun. Neun! Okay. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten, das war Wer steht mit der Show. Sehr gut, das ist doch super. Dann machen wir weiter, ich speise ein bisschen an. Wie spricht man, und jetzt pass auf, nicht Vorsagen für Sie hier im Publikum und ich möchte auch nicht, dass ihr hier irgendetwas sagt, falls ihr es wisst. Denn die Frage ist folgende. Wie spricht man, und ich möchte, dass ihr die richtige Aussprache aufschreibt, wie spricht man diese Soße richtig aus? Und bei Soße unterscheidet man ja auch schon, der eine sagt Soße, ich sage Soße, weil ich komme aus dem Rheinland. Gilt das jetzt nur für das Wort Soße? Ne, ne. Das gilt nicht für das, das gilt nicht, das gilt für den ersten Teil des Wortes, von dem man denkt, wie könnte man das wohl aussprechen? Das ist absolut korrekt. Genau. Dann schreibe ich das jetzt mal hier auf. Und aufschreiben, wie man es ausspricht. Das ist so eine unangenehme Gesamtsituation hier, ich kann es wirklich gar nicht glauben. Euch muss ich ja nicht fragen, ihr wart ja in den Proben dabei, wir haben uns alle nicht mit Ruhm bekleckert. Wir machen Feierabend. Wir fangen mal bei Matthias an. Matthias. What do you think, how does that sauce is named properly? Also ich habe ja mal ein paar Jahre in Sachsen gewohnt. Ja, jetzt bin ich auf die Geschichte wirklich gespannt. Also ich, also, und meine Mutter hat, würde zu der Soße sagen, Worcester. Ah, und das sagst du auch? Aber es ist mir eigentlich auch egal, ob es falsch ist, weil ich das Wort Worcester, also man geht ja im Restaurant, man geht ja nicht hin und sagt, liebe Frau Kellnerin, ich hätte gerne zu dieser, zu diesem wunderbaren Essen vielleicht einen kleinen Dip Worcester Soße. Sie wollen bitte was? Ja, Worcester Soße. Was ist eine Worcester Soße? Ja, das würde ich dich jetzt auch fragen, weil das ist falsch. Ja, da sag ich doch, hab ich noch gesagt. Wir hören mal rein, wie es richtig klingen würde. Worcester Soße. Giovanna, was hast du? Es liegt nur daran, dass man mit dem Stift so schwer schreiben kann. Ich habe geschrieben, Worcester. Worcester Soße. Ja, aber ich, ach, das ist so schwer. Nee. Ich sag nur Töd. Töd, ne? Töd. Töd. Ist leider falsch. Wow. Ey, Flo, wenn du das jetzt richtig hast, rede ich nie wieder mit dir. Nie wieder. Worcester. Oh, ja. Darf ich ganz kurz was sagen? Ganz kurz. Ich muss ganz kurz was sagen. Du kommst ja aus der Schweiz, ne? Ich komme aus dem Osten. Die Anti-Schweiz quasi. Die Anti-Schweiz. Das ist die Anti-Schweiz. Genau. Und ich lache auch noch, bin ich bescheuert. Nein, es ist nicht mit Sie. Aber ich merke auch gerade, dass, wovor ich noch mehr Angst habe, als diese Show nicht zu gewinnen, ist, hier ein maximaler Unsympath rüber zu kommen. Deswegen glaube ich, ich sage auch Worcester. Who's the man, 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 who's the man. Untertitelung des ZDF, 2020